Kann ich meinen Dings nicht updaten? Man hört dich. Perfekt. Auch so, dass ich... Habe ich schon das Game geändert? Ich kann es nicht ändern. Zumindest nicht bei Twitch. Bei Hitbox habe ich es geändert. Mach mal unsere Zeichen Game. Dann das Spiel. Ach du hast kein Bot drin, ne? Ach, dann gehts nicht. Wie, dann gehts nicht. Natürlich, ich kann aber über das Dashboard eigentlich... Ja, aber dann müsste das auch gehen. Warte mal UBS neu. Na, hab ich schon. Es sagt mir hier bei Twitch, Fehler waren wir aktualisieren in der Übertragung. You are Host-Basir-Channels. Ja. Nightbot. Get started. Sollte jetzt gehen, ne? Mal gucken. Sollte jetzt gehen, ne? Mal gucken. Warte mal, wie funktioniert denn das Dashboard hier? Dashboard. Join channel. Sollte jetzt musst du deine Schwimmlein starten? Mod Nightboard. We have added Nightboard as moderator of this room. Shack. Help. No. Close. Don't, no one is here, who wants to be able to light the alarm, that's still so. der Fall war daneben, du Idiot. Perfekt. So, Game sollte aktualisiert sein. Warte mal, ich starte mal. Wechseln wir mal auf die Garte. Perfekt. So. Mehr Dashboard. Ah, fuck! Hey, ich will hier raus. So. Wäre auch schade wenn, ne? Diese dreckige Lache. Wo bin ich hier eigentlich gelandet, ey? Ach da. Okay komm, dann schnappen wir uns mal unser Flugzeug. Und dann fliegen wir mal ne Runde. Ich kann endlich mal gucken, was ich mit meinem Stein LKW mache. Fällt mir auch grad mal so ein. Dafür müsste ich aber erstmal mein Flugzeug haben und, äh, gucken wo mein Auto ist. Irgendwo hier in dieser Welt hab ich's abgestellt. Hm. Da hinten steht was. Ach, das ist mein auf den Kopf gelegtes anderes Flugzeug. Weg? Ja, ich hab's gestartet. Bin mal kurz... Oh, ei, ei, ei. Äh, ich glaub das Ding setzt sich mal besser. Was macht der denn da? What the fuck? Äh, es schwebt. Auch nicht schlecht. Oh, da fehlt ein Block. Tuck. Ein Karagor, ja. Ein, ein was? Ein Hündchen. Ein Hündchen. Ein Hündchen? Ein großes Hündchen. Großes Hündchen tot. Ab, ab gegen den Baum. Ja, perfekt. Ups. Das war ein Feldstart. Ich hab'n schlechten Bogensitz. Nee, nee, der trifft mich nicht. Ein bisschen doof, dass man hier nichts mehr in der Landschaft mehr sieht. Ja, mal Sklaven. Fein. Wie? Vielen Dank. Wenn wir zum Wimper hinten fließen. Wie? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach, da macht er noch nix. Warum hab ich denn hier schon wieder die Army Tostatur drin? Ah, da gibt es auch ne Windows App für, geil. Neu. Wollen wir den gleich mal installieren, ja. Zack. Okay. 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 Der Flugzug ist langweilig. Okay. Okay. Oh ja. Das sind die Settings haha Ich weiß nicht. Open the Song Request settings and enable Spotify under the Provider setting. Du hältst die Klappe jetzt. Er ist tot. Hepp. Hepp. Begib dich zum Ausgangspunkt. Dann tun wir das doch mal. Oh, wenn wir ein bisschen schneller hier sind. Und dann tun wir das doch mal. So, mit denen ist jetzt auch Ende. Hm? Mit den drei in Anführungszeichen herschauen ist jetzt auch mal Ende. Okay. 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 Ich gebe ab, ich zähle mich am Boden, alles was und gau, ich bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronom, ich sehe die Welt vom Boden. Ist auch noch mal irgendwer was? Was denn? Danke. Oh ja, das ist gut. Perfekt. Oh, geht er gar nicht. Chance next, heißt er. Wollt ihr schon mal machen? Anni. So mögen. Das war's. 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 Das war die Baile zu Ende. 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 Das ist ein Bensinn, oder? Gale Gale Musst ja auch mal einen Sender dazu geben, ne? Irgendwie... Ich kann jetzt mit der Verunschung herkommen. Hm? Ein Wunderschön. Novin. Herzlich willkommen, René. Der Motor ist einfach zu schwach. Sein Stream. Ah, moin. Ohi. Was schwebt mir hier schönes. Ich Stream-Guard's Craft Mechanic. Ich hab grad rausgemacht. Da ich mich jetzt fein ins Bittchen leh. Au. Ich hatte eben ein Fehlereinsatz. Arm ist put put. Bisschen sonst rausgefahren. Wir waren ja draußen, aber es war ein BMA-Alang hat sich immer nicht bestätigt. Mister krankgeschrieben. Ja, du mich auch, Mister. Normalerweise dürftest du ja nicht. Normalerweise. Ich bin für die Schule krankgeschrieben, nicht für Feuerwehr. Wenn krankgeschrieben, dann krankgeschrieben. Ja, in der Schule bin ich krankgeschrieben wegen angeblicher Grippe. Aber ich bin wegen chronischer Unlös. Ach, dein Arzt ist also so einer, der schreibt einfach mal so krank, ja. Ja, ich hab sofort getäuscht. Welcher Arzt ist das nicht? Kann ich ganz ehrlich sagen. Ja, vor allen Dingen kriegen die Ärzte dafür Kohle. Ja, das nächste Knopf. Äh, jein. Ich kenn das Ärzte-System. Du bist ja auch ein Sanitäter. Ne, nicht nur, ich hab äh... Sanitäter, bitte, ja. Ich hab ein Praktikum beim Doktor gemacht. Ich weiß, wie das Ärzte-System hantiert. Ne, was bist du Techniker-Sanitäter? So hoch. Äh, ich bin kein Techniker. Ich bin ja technische Niete. Ich hab mal nichts. Irgendwie hebt dieses Scheißding nicht ab. Ist besser so, René. Ja, ich weiß, du weißt doch, ich hab dich auch lieb. Wann ich dich für die nächsten... ...2 Stunden? 19...18 Stunden. Was willst du denn von mir? Bis morgen, oder? Lol. Bis morgen Abend. Heute Abend. Äh, what the fuck, das war jetzt nicht das, was ich beabsichtigt hab, aber ist okay. Ich wünsche euch eine gute Nacht und auch viel Spaß, Berger, Gertz. Und jo. Ho, Jose. Ach, gut noch dir. Das ist mir auch so eine Schleuderkapsel. Das ist mir auch so eine Schleuderkapsel. Kannst du ein Helikopter sein? Es sollte einer werden. Es geht ja aus. Jo. Warte mal, ich setz mich mal rein. Äh. Ja, okay. Das bringt mich aber eigentlich auf eine Idee. Das bringt mich eigentlich auf eine Idee. Ja, lass das mal stehen. Ich baue das jetzt nach, aber halt ein bisschen anders. So. Lift. Oh, das sieht ja gut aus gerade. Was dann? Kopf und Augen dreht sich. Jaja. Da wird dir ja schlecht bei. Hä? Da wird dir ja schlecht bei. Oh ja. Ich kann dir aber gleich sagen, wovon dir noch schlechter wird. Wo ist denn dein Flugzeug? Das Flugzeug habe ich da hinten stehen. Das packe ich gleich nochmal wieder aus. Kann ich dir das mal zeigen. So. Hm. Ich brauche nur eine Mitte. Okay. So. Äh. Ups. Äh. So. Hey. Habe ich jetzt eine Mitte? Ich habe jetzt eine Mitte. Perfekt. Wenn ester didnte, muss er einsetzen. Oh. terminal. söyleye bet puft! Das strahlt imуляkt! Jetzt ist die Mucke aus. Komm, hier machen wir mal so. Ich muss ja den Rechtsklick, Playlist Link kopieren, machen wir das mal so. Wo ist die Nightbot App Playlist? Wo brauchst du da jetzt? Hehe, ich mach jetzt einen Jahrmarkt. Irgendwie ist das Stück länger als das, aber das ist egal. Ah, ich bin grad noch da wo die Musik wieder anmutzt. Hm Lebst du den conveyerller? Genau? Nee Tu auch noch zu? Nee Wie nein? Hier bist du heute zum Täter zwei Monat zusammen, ne? Stimmt, da war ja was. Ich glaub dafür wirst du mich jetzt gleich hassen. Wieso? Das sieht aus wie so'n C4-Block. Was denn? Was klingt oder was? Ja. Was? Ja. Was? Ja. Was? Ja. Wie dreht sich dieses Scheißteil nicht? Entweder hab ich einfach Mist gebaut? Nee. Das trägt schon aber nicht. Warum nicht? man hallo wenig die drehplatte hast du vielleicht unten drunter die drehplatte vergessen ne, das Winkel Ding ist ja da hm das war ein bisschen doof eigentlich hab ich erwartet dass sich das Ding einfach dreht aber ich glaube beim bauen so wie es guck mal so wie es gerade ausschaut hm ich glaube ich hab die Ursache schon ne verdammt also es sah gerade halt so aus als würde als würde das Ding sich einfach nicht drehen weil ach komm wir machen das jetzt einfach mal so äh ja verdammt wo ist das Drehteil da ist das Drehteil zack guck ob sich das dreht äh brauche ich noch einen Motor für äh fuck wie da halt jetzt schon wieder keine Mucke läuft was ist denn das ey du sollst laufen du sollst laufen Auto DJ mach einfach guck oh guck 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 gub guck guck schon ein bisschen komisch mag dich nicht mehr was ist das denn warum kann ich denn hier nichts mehr verbinden wie haben sie deaktiviert nice bug also ich wollte mir eine zigarette machen ich wollte es so tun das gibt es doch nicht witz weißt du was leck mich doch abreißen ich gehe wieder mal flugzeug suchen richtig cooler wacke ich kann keine verbindung mehr schnell ob es ein maximum an verbindungen gibt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen aber du auch weg 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 alles muss raus zum schlussverkauf das muss auch weg meine heli lasse ich jetzt schon mal stehen was mit dem heli eher schleuderkabine boah was der druck ist ey ich glaube ich mache auf jeden fall schon mal ein paar tabs hier zu das kann schon mal zu das kann zu der taskmanager kann auch zu da habe ich ihn auf dem browser von zu öffnen ich glaube ich brauche auf jeden fall ein stück mehr ram skype kann auch zu brauchen wir nicht so ich glaube danach habe ich nichts mehr aufgemust ich bin gerade da vom bild her wo du gerade die task den ganz hin machst naja da sind halt immer ein stückchen noch ja ja mach ja nix ich würde echt mal interessieren ob das bei dir noch ruckelt bei mir stehst du gerade deswegen da ich dir das gerade nicht sagen ey weil bei mir habe ich immer so einen mini ruckler zwischendrin das hier mich abnervt ich will mal gucken wie ich das in den griff kriege früher lief das sauber vielleicht möchte ich mal mein system mal wieder platt machen die was platt machen? mein system irgendwo muss hier auf dem kopf fliegen des flugzeugs sitzen m Polk also ganz kleine ruckler sind mit drin aber so läuft relativ flüssig ja ok jetzt haben wir nochmal beim Stream hmm ne kriegst du das Flugzeug eigentlich wieder umgedreht einfach auf den Box stellen fertig ist ah ok ich muss halt ihm einfach nochmal die Pläne in seinen Fuß schieben mehr keine Ahnung na gut weiter geht's da vorne ist diese Rakete da ist ein Fugturm oder was auch immer da ist mein Flugzeug oh den Pilotenschein müssen wir nochmal machen ne ah jo das mit dem Pilotenschein das äh ja ja so jetzt erstmal die Hebebühne auspacken guck mal zack ich kann überlegen ob ich morgen streame nicht und bei streamen ja wenn dann auf zwei Plattformen ich streame dann hier übers Twitch so noch einmal auf so einer ich sag mal ausländerischen Seite mit dem Fall ne oh du fragst nicht nach Namen oh Hamburg läuft kannste mal noch mehrere Leute mitnehmen Kannst du noch mehrere Leute mitnehmen Ja, aber ich hab das jetzt eingebaut. Boah, hab ich das noch geschafft? Nein! Oh, scheiße. Bruchladung. Naja, aber die Kiste macht schon Spaß. Komm, wir fliegen doch in der Runde. Zack! Aber wenn fliegst du gerade? Mhm. Schau mal, ob du die Bruchladung machst. Ja, genau. Ja, genau. Und da liegt du auf dem Dach. Ja. Oh, ne schöne Bruchladung. Mhm, mhm. Ja, die war erst mal in die Wand gefahren. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Kriegst das Ding auch mal von 50 gelandet? Ich versuch's gerade. Oh. Ich wollte ja eigentlich auch mal... ...eine Start- und Landebahn mal fertig machen hier. Das war nicht Minecraft? Ja. Ja. Sind's in Master Builders? Meinst du ein Mod? Weiß ich gerade nicht, ob das ein Mod ist. Ich glaub schon. Keine Ahnung. Ist halt online. Muss gegen andere Spieler spielen. Und dann kriegst du da halt ne Meldung. Ich sag jetzt zum Beispiel mal, äh, bauen Track. Da hast du 5 Minuten Zeit, einen Track zu bauen. Mhm. Nee. Schönere Track gewinnt halt, ne? Mhm. Na, sagten wir jetzt nix. Schönere Ding, schönere Ding gefällt dann. Äh, gewinnt dann. War ich einmal mit dem Kumpel. Mhm. Weil wir hatten, äh, bauen Panzer. Mhm. Mhm. Ach, lief. Mhm. Mhm. Dein Panzer sah aus wie, äh, drauf gewixt und nicht gekonnt. Mhm. Aber... Boah, nice. Was denn? Oh, ich hatte den besten Panzer. Hat er noch so viel Zeit, übernach hat er den Panzer fertig, hat er doch noch ne Schi-Scheibe bauen konnte. Ja, wie hier schon wieder die Musik aufgegangen ist. Ach komm, machen wir's händlich. Ich... Hört ihr keinen Zweck. Na gut, ich geh dann auch mal langsam ins Bettel. Ja, ist klar. Ja, ist klar, komm. Bin ich schon. Warte, schau so. Na gut, ich wünsch dir noch was. Ja. Muss zum Einsatz. Ja, ist klar. Alles klar, bis später. Schaff dich. Jo, ciao. Los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey, Drülo. Schön, schön zornen. 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 Schön, 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 zornen. Zornen. Schön, zornen. Schön, zornen. Das ist ein winzner. Das ist ein winzner. Das ist ein winzner, weil es ein nur Mannes gegenübersteht. Gibt es auch die neue Fatboyz? Absolut pillar. Which? Funk Soul Brother, check die. Sing die. I wie können die. Funk Soul Brother, check die jetzt. Funk Soul Brother. Das war's für heute. Das war's für heute.